Und wir werden sich zusammen fragen, wie kann man Beatbox machen? Ein Kick, ein Bass, ein Snare und versucht die drei zusammen einfach zu verarbeiten. So wie in so einem Drumset-Style, danach kann man natürlich alles, was er will, machen. Aber klassische Tipps, glaube ich, sowas. Einfach lass dir Zeit, versucht mal sowas auch zu machen. Das war's. Dankeschön. Hey, tschüss. Hey, tschüss.